Moin Leute, willkommen zu einer neuen Folge von League of Legends. Wir sind jetzt schon bei der fünften oder sechsten Folge, ich bin mir im Moment nicht ganz sicher. Ja, aber auf jeden Fall habe ich einen kleinen Plan, denn wie ihr hier oben seht, habe ich 643 EP. Und hier gibt es die ganzen Champions, da irgendwo muss jetzt der sein, den ich will. Ah, da war er, da. Ja, auf jeden Fall wird mein nächster Champion Timo sein, der kostet nämlich auch nur 1350. Und für den Preis ist der einfach sowas von stark. Und ja, das wird dann einfach der nächste Champion sein, aber dafür müssen wir noch ein bisschen spielen. Von daher gehen wir gleich mal in die nächste Runde. Solo, da müssen wir kurz warten. Aber ich denke, das wird gleich wieder anfangen, das Game. Ja, auf jeden Fall, ich versuche... Achso, halt! Ich muss überlegen, welchen Champion ich nehme. Denn auf meinem Hauptaccount habe ich ja ein paar Champions mehr. Und hier habe ich ja jetzt, glaube ich, nur Master ID gekauft. Oh, da muss ich jetzt erstmal gucken, mit welchen ich zocke. Denn wenn ich jetzt irgendwie mit einem ganz anderen Champion zocke, dann... Ja, halleluja. Ja, denn andere müssen mich erstmal einspielen, aber ich bin erstmal zuversichtlich, blablabla. So. 40 Sekunden, wann geht's los? Level 4 sind wir, okay. Schauen wir mal Profil an. Spielverlauf. Oh, optimal. Oh man, das letzte Spiel mit Riven. Oh, das weiß ich auch noch. Das war sowas von schlimm. Ich glaube, da habe ich so nubig gespielt. Das war so schlimm. Ja, wobei, dann probiere ich diesmal einfach Master Yi aus. Das könnte ja vielleicht funktionieren. Hoffe ich. Irgendwann muss ich dann auch mal mit den ganzen Runen und Meisterschaften anfangen. Ah stimmt, das könnte ich machen. Wie viele Punkte habe ich? Weiß nicht. Punkte, hallo. Ah, okay. Ja, nee. Fangen wir mal direkt mit dem Game an. Ich nehme wahrscheinlich Master Yi auf der Top-Lane, denn Jungeln kann ich nicht wirklich. Ja, aber. Okay. Ja, gut. Hat halt jemand keinen Bock gehabt. Auch gut. Jetzt nochmal Meisterschaft. Ah, verfügbare Punkte 4. Äh, dödödödö. Was nehme ich? Oh, das ist halt schon nice. Angriffstempo. Ja. Okay, go. Äh, scheiße. Die gehen schon toppen. Was ist denn das? Meisterschaft? Irgendwas. Äh, äh, äh. Alles auf einen Fall. Ich nehme jetzt auf jeden Fall Ash, das ist nämlich ein Bot-Laner. Und ich hoffe mal, dass es da irgendwie klappt. Ich hoffe es einfach. Äh, ja. Zwei wollen Mitte gehen. Hä? Hä? Hä, ich blick da gerade gar nicht durch. Nur auch 51 Sekunden, 50, 49. Aber ich würde jetzt gerne mal Blitz nehmen. Ah, wobei. Ne. Ja, irgendwas will ich jetzt eigentlich anders machen. Barriere ist aber auch nicht, glaube ich, so cool. Oh man. Ja doch. Ich nehme Barriere. Blitz bekommen wir irgendwann später, wenn wir Level 18 sind. Aber ich nehme jetzt auf jeden Fall Ash und hoffe irgendwie, dass da klappt. Und wieso kann ich nicht bestätigen? Hä? Hat ich es gerade geleckt? Hä, wie viele gehen jetzt top? Ja. Wie, alone? What? Was? Okay, ich gehe jetzt gerade noch nebenbei kurz ans Handy und hole mir dann Guide. Wir sehen uns dann gleich. So, hier sehen wir es jetzt wieder. Hier sind wir mit Ash und haben gerade 69er Ping. Oh mein Gott. Das kann was werden. Ja, aber auf jeden Fall haben wir noch Yasuo im Team. Lee Sin, okay, kenne ich nicht. Der ist auf jeden Fall bei uns hier, der Joe Gath, unten bei Bot. Dann gehe ich mal davon aus, dass Katharina beim Gegner in Mitte gehen wird. Äh, nee, wahrscheinlich Bot. Genauso wie Rangor. Wobei, nee, Wayne wird noch Bot gehen, denke ich. Rangor dann Top und Poppy. Oh, keine Ahnung. Egal, Leute, wir lassen uns überraschen. Ah gut, der Ping ist auch runtergegangen. Das heißt, in einem guten Spiel steht nichts mehr im Weg, außer halt die fehlende Erfahrung mit Ash. Und ich glaube, ich habe nur ein einziges Spiel in meiner ganzen LOL-Spiel-Laufbahn mit Ash gezockt. Und das war einfach so schlimm. Ich habe das nie kapiert, wie das geht, aber... Ja, probieren wir aus. Oh, 32, auf jeden Fall. Das ist perfekt. Also für meine Internetleitung ist es wirklich ein Traum. Udi haben wir noch. Okay. Ja, die haben auf jeden Fall viel, oder zumindest haben viele Teleportationen. Ah, okay, ich glaube, das ist auch noch ein Anfänger. Der hat auch Barriere drin. Und der da auch. Ja, okay, das dürfte eigentlich locker klappen. Hoffe ich jetzt einfach. Ash ist ja eigentlich auch schon ziemlich stark. Und... Ja, einfach mal ausprobieren. So, jetzt muss ich auch mal überlegen, ob ich irgendeine Musik in den Hintergrund packe, denn wenn da die ganze Zeit so ein Ladbildschirm ist, ist es auch irgendwann langweilig, denke ich. Ähm, ja. Ich hoffe mal, ich habe euch jetzt auch noch den Guide eingeblendet, wie ich da draufkomme. Und dann könnt ihr auf jeden Fall auch mal da gucken, was man so für Items für die ganzen Champions nimmt. Und dann klappt das eigentlich alles immer perfekt. So, 27%. Jetzt gibt doch mal Gas. Udi, der. Der hat Heilen, Teleportation. Ja, okay. Blitz, Teleport. Der hat auch Teleport und Heilen. Der hat wieder das Geistzeug, was weiß ich. Ja, okay, aber ich glaube, das können wir schon schaffen. Oder ich packe jetzt einfach noch ganz schnell ins Seidraffer rein. Bis gleich. Okay, Udi hat 100%. Jetzt hoffe ich einfach mal, dass der jetzt auch richtig geladen hat, denn irgendwie beginnt das Spiel ja immer noch nicht. Und ich habe ja schon mal gesagt, ich sehe auf meinen Tastatur, wann das Spiel losgeht. Ich habe ja Logitech und da ist noch so ein kleines Display dabei und da sehe ich dann halt, wenn die Anzeige kommt, wie viel Gold ich habe, was weiß ich. Und die wird noch nicht angezeigt. Das Spiel geht also noch nicht los. So. Jetzt können wir mal wieder warten. Ach, wie toll. Komm schon. Will zocken. Auf, 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 auf. Oh, Mann, 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 Mann. Egal, noch kurz einen Schluck trinken. Okay, also, ich bin jetzt bereit. Okay, und es geht los. Ich merke schon. Und, komm, komm, komm. Ich sehe auf jeden Fall die Anzeige. Auf meiner Tastatur. Komm schon. Hallo. Hallo. Alter, komm. Komm, 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 komm. Okay, ich gucke mir noch mal kurz die Items an, die ich da kaufen muss. Äh, ja, okay. Jetzt gilt ich erstmal die Weh, das sagt nämlich mein Guide. Jetzt necke ich mir das Zeug. Okay, perfekt. Ich bin bereit. Ich bin bereit, ich bin bereit. Dann laufen wir schon mal in die Richtung. So, die Kuh kann... Verbraucht den Gesamtfokus und Gewährte. Angriffstempo, langsame. Fast fünf Steigerungen verbraucht werden. Feuern erst normale Pfeile ein Pfeil-Hagelab. Der normal schon vor Angriff öfter. Die Fähigkeiten oder andere Angriffe wird vier Sekunden lang Fokus gewährt. Der bis zu 50... Ah, okay. Die Weh ist auf jeden Fall jetzt der Kegel. So, schnell da rein. Oh, nein. Nein. Ja, okay, egal. Komm, das packen wir. So, was ist das hier? Frostschuss. Schuss. Huh. Hab ich Schuss? Hä? Deckt die Gegend. Ja, okay, noch kurz Slash-All. Good luck, Herr Farn. So. Die E deckt die Gegend auf seinem Flug zum Zielort auf. Die Sicht bleibt fünf Sekunden lang bestehen. Ash kann zwei Ladungen habe ich Schuss gleichzeitig ansammeln. Hä? Ich arbeite am besten aus der Pferde. Ich würde jetzt eigentlich schon ganz gerne angreifen. Aber ich glaube, das wäre jetzt nicht ganz so schlau. Nee, wäre es nicht. Oh, Mann. Ja, klar. Annie greift gleich mal an. Oh, Mann. Mit Ash wird es richtig schwer. So. So, Bums. Nein, ich habe falsch ausgeführt. Ich nehme gleich einen Heiltrank. Es hat sonst keinen Sinn. So. Oh, Mann. Irgendwie will ich das Spiel jetzt spielen. Oh, komm. Ja, nice. Ähm, was muss jetzt skillen? Ich muss die Kuh skillen. So, dann killen wir die. Ah, nice. Okay, ich habe es kapiert. Ich habe kapiert, wie das funktioniert. Ash ist also doch nicht ganz so schwer, wie man denkt. Oh, komm. Ah, nee. Schade. Geil. So, dann kurz was snacken. Bums. Komm schon. Die sind so gut wie down. Bitte. Das war dumm. Das war sau dumm. Nein. Nein. Geh weg, Annie. Ich weiß, dass Annie, Annie ist nicht da. Okay. Oh, hopp. Egal. Ich gebe jetzt auf jeden Fall wieder mein Bestes. So. Jetzt noch kurz die E-Skill. Mit der E muss ich dann gucken, was das ist. Aktuell weiß es halt wirklich nicht. Wer hat eigentlich einen ersten Kill gemacht? Würde mich gerade mal interessieren. Nein. 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 Komm, 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 komm. Oh. 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 Nein. Bitte nicht. Bitte. Nein. Alter. Wie die mich down gekriegt haben. Das ist richtig übel. Oha. Alter, ich gehe zurück. Nein. Das tue ich mir nicht an. Eins, zwei, drei. Dann eine Pickaxe brauche ich. Ah, da. Dann kann ich noch nicht schaden. Aber Boots kann ich mir holen. Jawohl. Jetzt bin ich auf jeden Fall ein bisschen schneller. Oha. Aber Ash ist eigentlich richtig okay. Finde ich jetzt zumindest aktuell. Oh, Mann. Gott, eben. Das war echt Horror. Ich war ja so gut wie down. Jetzt will ich mal kurz gucken. Wer hat einen ersten Kill gemacht? Ah, ich auch so. Okay. Ist gut. So. Ähm. Ja. Kumpel. Das machst du. Ja doch, alles gut. Jetzt müsste ich halt wissen, was meine E bewirkt. Nein. Oh. Was ist denn das? Ja, okay. Okay, okay. Ich gehe drauf. Komm, komm, komm. Hm. Das schaffen wir nicht. Schade. Okay, wieder meine W-Skills. Bams. Komm. Oh, jawohl. Jawohl. So, mach mal das. Bam, Junge. I ist geträgt. So. Dann killen wir die jetzt noch alle. Und dann ist gut. Oh, jawohl. Ein Kill. Nee. Scheiße. Das war dumm. Okay. Da farmen wir jetzt noch ganz kurz. Ja, okay. Nee. Wir gehen zurück. Macht mehr Sinn. Äh. Ja. Jetzt halt die Frage, was wir überhaupt so richtig machen können gegen die. Hm. Hm. Mana habe ich nämlich auch nicht mehr ganz so viel. Das ist nämlich gerade meine Sorge, dass mir Mana ausgeht. Hm. Aber ich blick irgendwie immer noch nicht, was die Kuhn die E bringen. Ja, wobei doch die E-Kampier ist, ja. Aber die Kuh halt nicht. Die ist für mich irgendwie sinnlos. Ah, schade. War aber ein guter Versuch. So. Die W wieder hochscalen. Ich scale jetzt einfach die ganze Zeit die W. Die bringt mir einfach am meisten. So. Ich mag unseren Typ. Also der, der mit uns auf der Botlane ist. So, komm, komm, komm. Den können wir kriegen. Den können wir kriegen. Nein, können wir nicht. Oh, Mann. Das hätte so schön klappen können. Egal. Was ist das? Hä? Ah, ich hab nicht genug Mana, solltest du anzeigen. Oh, Andy, ich hasse dich. Nein. Ich kann nix machen. 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 Nein. Oh, hopp. Komm, 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 komm. Renn. Junge. Tu es. Tu es. Tu es. Tu es. Nein. Scheiße. Nein. Warum die waren noch so gut wie da unten? Mann. Pig-Ax. 25 Angriffsschaden. Jawohl. Ich würde mir aber gerne noch einen Trank holen. Okay, nee. Egal. Ah, nee. Das regt mir jetzt echt auf. Wer ist denn das überhaupt? T-Rust? Naja, Wayne. War zu erwarten. Scheiße. Und Katharina rasiert auch. Oh, übel. Ah, nice. Richtig nice. Unser Turm rasiert auch. Unser Turm rasiert vor allem. Oh, jo. Ich werde jetzt auf jeden Fall nicht meine B oder was auch immer verschwenden. So. Kann es irgendwie sein, dass ich gerade eine größere Reichweite habe? Das kommt mir irgendwie so vor. Oh, meine Ulti. Nein. Annie ist unsichtbar, oder? Oder was ist los? Okay, wir gehen auf den Tower. Das müssen wir jetzt echt machen. Nee. Können wir nicht. Schade. Ich muss jetzt aber wirklich mal ein kleines bisschen farmen. Wie war's mit einer Ulti? Oh, 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 oh. Oh, die war nicht unbedingt schlau eingesetzt. Oh, Andy hat einen Bär eingesetzt. Das ist nicht gut. Oh. Ja, komm. Jawohl, Junge. Oh. So machen wir das. Haha. Jawohl. Und auf den Tower. Auf den Tower. Okay, hier sehen wir jetzt, wie schnell der an Leben verliert. Jawohl, Mann. So machbar das. Okay, und back. So. Jetzt gehen wir schnell zurück. Was macht der hier? Okay, egal. So. Jetzt können wir kritische Treffer oder Angriffsschaden. Kritische Treffer. Geht jetzt auch. Ist egal. Und go. Oh, jetzt, äh, jetzt rassiere ich. Oder zumindest so gut es geht. Denn jetzt bin ich irgendwie wieder richtig in LOL-Stimmung. War das jetzt unsere da unten auf der Botlane? Hat irgendwie Katharina ein viel zu einfaches Spiel. Das sieht mir dann auch aus. Ja, 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 äh, ich bin da. Keine Angst. So. Da mal kurz mit dem Schaden gemacht. Wir sind auf dem richtigen Weg. Die sind auf dem richtigen Weg. ... Oh, 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 oh. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Was wartendes? Oh, scheiße. es war so dumm ich fühle mich gerade echt so mega dumm und jetzt können die natürlich an unseren tower was habe ich da gemacht jetzt wollte ich rasieren aber es ging nicht unser pfeil hat nicht ganz so viel gebracht ja leute wir packen das da ist jetzt auf jeden fall einer wieder zurück also hat sich zurück tippet dann kommt ich jetzt einfach mal da direkt in den busch rein denn wenn der noch da ist dann hat er richtig wenig leben ok er ist weg oh man ja er nie was war das so was willst du annie Leute ist wieder der komische Bär was sollte ne ne ich hasse den ich hasse den bams komm Junge Junge nice jawoll komm und ja oh sorry fürs übersteuern ich glaube ich war ein kleines bisschen zu laut wir sollten aufpassen meint der eine egal ich nehme heiltrank und dann ist alles gut ja gut da ist gewordet oh von hinten diese diese dreckig kann auch niemand ich hasse seh noobs noobs als ob noobs ich das grad dem so ernst so ja wir sind entschuldet der hatte ich gefeiert ja was ich immer mache äh ja ok bams komm weiter ja komm ich hasse dich jo annie war klar typisch annie so eine richtig typische annie nice komm easy nein ach shit ok nee 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 jetzt dürfen wir nichts riskieren so da da hinten ist noch einer wir gemeinsam sind wir stärker bams komm nice hä wie ist der jetzt gestorben hä hä hey mal ernst auf wie ja ok 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 ich bleib mal ganz kurz hinten und ich gehe mal kurz in die base sind jetzt können wir auf jeden Fall hier ich gehe mal kurz ich gehe mal kurz so das gönne ich mir und als nächstes kommen die schuhe dran und ich komme vom jungle wenn möglich ich glaube irgendwie der simon oder wer immer das ist der und ich sind ziemlich gleich ich werde uns nicht in die ira führen tks was heißt ja immerhin bams 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 weiter so also ich bin jetzt auf jeden fall ein kleines bisschen gefiedet das steht fest so da unten sind noch ein paar von uns ok nice das game sieht gut aus aus wen haben wir denn da oben ah scheiße kurz verpasst hä lol 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 soll oh god oh ne 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 Scheiße, das war so dumm. Nee. Ja, okay, dann hole ich mir als nächstes das hier. Ach, nee. Das regt mich jetzt echt auf. Vor allem, das war ja gar nicht schwer, das hätten wir schaffen können. Nur ich war da gerade ein bissl am Handy am gucken, welche Items ich brauch. Und ja, blöd. Wir haben einen U-Dir. Ja, stimmt. Ja, okay. Welches? Kenn ich nicht. Ah doch, das ist der Joe Gath oder wie auch immer der heißt. Okay. Ich gebe jetzt auf jeden Fall mein bestes mal wieder. So. Bams. Okay. Der will da hoch. Aber wo ist Annie? Annie ist weg. Ja, okay, war klar. War zu erwarten. Jetzt müssen wir echt aufpassen, dass der Tower nicht down geht. Scheiße. Hä? Wie? Wie? Wie zum Teufel hat er das gemacht? Okay, ich könnte jetzt mal kurz Hilfe brauchen. Oh Mann. So. Das passt. Oh. Bitte nicht. Ah, ich hasse Annie. Oh. Was soll die Scheiße? Mal ernsthaft. Damn Ketter. Alter. Ach, komm. Katharina ist so OP, wenn man sie spielen kann. Nee, Alter. Das geht nicht. Äh, ihr müsst noch auf die... Ja, nice. Katharina down. Get down. Easy. Okay, ich komm. Ich komm. Ich komm. Äh. Ein Gegner wurde getötet. Yeah, nice. Oh, das Spiel können wir noch rumdrehen. Ihr seht ja... Ja, wobei... Ah, Top Tower ist auch down. Nice. Nur halt, Mitte läuft gar nicht gut. Aber dafür Bot und Top. Sieht dafür richtig gut aus. Wenn jetzt nicht gerade hier ein Tower noch down geht. Ja, wobei unsere jetzt eh down. Von daher. Okay. So. So, hier lasse ich jetzt auf jeden Fall ein Ward. Okay. Wir können da hin. Nice. Und auf dem Tower. Direkt auf dem Tower drauf. Komm, komm, komm. Ja, so. Oh, da kommt Annie. Achtung. Okay, ich bin nun unterwegs. So. Oh, ich bin richtig... Angespannt. So. Eine Fähigkeit, eine besondere nehme ich jetzt nicht. Hat seine Gründe. Ich gehe kurz unten rum. Dauert zwar ein kleines bisschen länger, aber ich bin jetzt halt hier am Weg. Kann man nichts machen. Oh! Nein, Katharina! Achtung auf Katharina! Bams! Nein! Ich hasse Katharina! Penta. Ist jetzt gerade... Das ist mal ein Pentakill. Ey, das glaube ich jetzt nicht. Scheiße. Okay, ich muss respawnen. Auf, auf, auf! Ich gehe da hin. Oh, die sind wieder zu Trittadie! Die, 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 die... Ja. Spacken. Ja, toll! Was soll ich nicht schon machen? Mal ernsthaft! Ja! Als Opfers haben die Fähigkeiten! Oh! Oh! Nein! Oh! 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 Oh Gott! Tötet Katharina! Tötet sie! Oh, ne! Ja, stimmt! Ich weiß es doch! Bams! Komm! Nee! Ja, okay! Egal! Tower! Ja! Jawohl! 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 Ja, eigentlich hätte ich das aber wissen müssen, dass Katharina mich locker down kriegt. Ich bin ja sozusagen Katharina-Experte. Oder wie auch immer. Und... Da habe ich schon oft gegen Ash gekämpft. Oh! Komm! Ey, Leute! Wenn ihr... Wenn ihr den Tower down kriegt, dann seid ihr echt mega klasse. Ich mache auf jeden Fall ordentlich Damage. Oh, aber Katharina wird jetzt da hochgehen. Mit Schwächen. Ja. Oder auch nicht. Egal. Das Spiel läuft richtig gut. Kann ich nichts sagen. Okay, egal. Wir pushen jetzt auf jeden Fall Mitte. Lol. Gegnerische Natur und zerstört. Aber wenn wir jetzt wirklich gut zusammenhalten und zusammen spielen, dann können wir das Game echt noch packen. Oh nein! Oh! Ah! Was ist denn des? Die sind sowas von OP. Vor allem Katharina. Aber das kennen wir ja. Ja, jetzt sicher noch nicht. Noch nicht! Jasuo! Okay, okay. Alles gut. Alles gut. Es besteht noch kein Problem. Oh! Oh! Was ist des? Was ist des? Oh! 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 Okay, ruhig bleiben! Immer schön ruhig bleiben. Hm, durchatmen. Was ist das? Der Tower ist auch fast down, aber halt nicht genug down. Oh, da oben. Das sind auf jeden Fall alle da oben. Nice. Oh, warum geht denn der schon drauf? Egal. Ja. Läuft alles gut. Es läuft gut. Es läuft gut. Es läuft verdammt nochmal gut. Der ist so gut wie down. Nein, nicht aufgeben. Oh, Mann. Reportierend, Uthir. Sind die jetzt echt AFK? Als ob. Okay, jetzt müssen wir halt echt verteidigen. Nice. Und zurück. Äh, halt. Oh. Nice. Nice. Jawohl. Egal, der zum Auf jeden Fall ein neues Item. Und schau ich mal, was am besten das nächste wäre. Das wäre wahrscheinlich... Das wäre wahrscheinlich... Irgendeins von denen. Magie-Resistenz bräuchte ich. Das da hole ich mehr als nächstes. Okay, mal schauen. Vielleicht klappt ja irgendwas. Da oben ist wieder einer. Wir müssen jetzt auf jeden Fall ruhig bleiben. Okay. Da unten. So. Scheiße. War zu erwarten. Okay. Äh, oben. Deffen. Da sind sie wieder. So. Nein. Oh. Wo ist meine E? Wo ist meine E? Nein. Wir dürfen nicht sterben. Wir dürfen alles noch nicht sterben. Äh. Das magiere Stenz. Okay. Go, go, go. Mhm. Mann, das ist doch ein Scheiß. Alter. Ja, okay. GG. War schon gut. Okay, wir sehen uns gleich nach dem Cut. Okay, sind wir jetzt im Launcher. Tüüüü. War auf jeden Fall echt gut. So. Äh, wer war gut? Ja, die gegnerische Katharina war halt echt gut. Kann man nix sagen. Annie war auch super. Und der da auch. So, wer war bei uns gut? Der Joe Gath. Ja, der da. Okay. So, jetzt müssen wir aber mal schauen. Ja, 9 zu 10. Fast ein 1er KD. Das geht in Ordnung. Finde ich jetzt. Ja, so. Ja, gut. Lol. Der Simon da war richtig gut. Ah, Mann, 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 Mann. Egal, wir haben 720 Punkte. Das heißt, nächstes Spiel müssen wir gewinnen und das übernächste. Mit Glück haben wir dann Timo. Aber das müssen wir erst mal schauen. Wir sind jetzt Level 5. Ja, egal. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Was auch immer das sein wird. Vielleicht fährt's Minecraft, vielleicht fährt's LOL, vielleicht GTA, was auch immer. Okay, dann, wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Und ansonsten sehen wir uns. Bis dann, haut rein. Ciao.